Jetzt stehen wir mit Alex und du bist ein Profi oder ehemaliger Profi, ist das? Ja genau, ehemalig und ich bin eigentlich so ein bisschen raus aus der aktiven Geschichte. Also ich bin in jungen Jahren dann mal Vize-Weltmeister geworden, vorher Europameister im Jungen-Bereich und dann später folgten einige deutsche Meistertitel bei den Herren, auch Mannschaft, auch die Europateam-Mannschaft, mal was gewonnen, ja, aber... Ich kann mal was hinsauen, wenn ich höre, mit wem wir spielen dürfen hier, ne? Achso, weil der Schwarze ist es so, da kommt der ja eh nicht hin, aber... Wir brauchen uns was zu hier, ne? Wir wollen es trotzdem wissen. Man kann sich tatsächlich jedes Mal auf die Schwarze irgendein Loch aussuchen. Dafür ist es halt ganz wichtig, dass man sie ansagt, wo sie reinfällt, genau, und das gilt für die anderen Kugeln auch. Also es ist ein wirkliches Ansagespiel, also Glücksstöße fallen demzufolge im Grunde genommen aus. Alex, wo genau ziehst du dann hin? Schießt du dann hier vorne, frontal genau drauf? Ja, genau. Also immer im Verhältnis zu meiner Position der Weiße, dann exakt in die Mitte, weil damit ist, wenn ich diesen Punkt dann treffe, gewährleistet, dass die Kugel dann, wenn sie zurückkommt, auf jeden Fall auf der geraden Linie bleibt und nicht zu weit links oder zu weit rechts dann Richtung Taschen geht. Das war gut, wie weiße, man achtet auf die weiße. Perfekt. Besser geht's nicht. Juhu! Und alle ist offen, kein nix versteckt, also das ist... Applaus. Alex, mach weiter. Ja, genau. Ah ja. Man sieht natürlich auch super leicht aus, ne? Äh, wie viele Züge denkst du denn jetzt voraus, Alex? Ja, ich hab schon alle... Du hast schon alle durch, oder? Ich hab schon alle durch. Meine Weiße sollte eigentlich ein bisschen weiterlaufen. Ich wollte jetzt die 13 spielen, dann die 14, weil die ist schon kurz vor der Tasche sozusagen. Dann würde ich die 11 spielen, weil die 12 liegt da auch schon vor der Tasche und von der 12 komme ich ganz einfach auf die 13. Und dann bin ich eigentlich schon bei der 8 und spiel den rein. Ich hab da für eine Spaßfrage gehalten. Aber dadurch, dass meine Weiße jetzt nicht genauso liegt, wie ich wollte, plane ich jetzt doch ein bisschen um. Hier sehe ich so eine kleine Schwierigkeit, dass ich so ein bisschen Angst habe, an der 15 hängen zu bleiben. Deswegen spiele ich jetzt die 14, dann die 11, dann die 12. Also ich weiß nicht, ob ihr die Zahlen immer sofort seht. Und würde die beiden dann zum Schluss spielen. Das werde ich schon an mir hinbekommen. Das ist so dann auch das Spiel, ne? Also wer dran ist, der räumt ab. In der Regel schon. Also das ist natürlich immer die Frage, welches Niveau. Also es gibt wahnsinnig gute Billardspieler und trotzdem gelingt das kaum. Aber irgendwann, wenn man dann so zu den besten 100 oder besten 50 vielleicht gehört oder so. Das ist ja so ein bisschen in allen Sportarten so. Dann werden auch kaum Fehler gemacht. Alex, wenn du jetzt einen Anfänger hast, dem du so drei bis fünf einfache Tipps zeigen willst, wie er überhaupt einen guten Beginn hat. Welche wären das? Also in erster Linie ist es erstmal wichtig zu versuchen, die weiße immer exakt in der Mitte zu treffen. So. Und um das ein bisschen zu gewährleisten, ist es halt irgendwo auch wichtig, eine gewisse Handhaltung zu haben, die das so ein bisschen unterstützt und ermöglicht. Da würde ich euch immer den Tipp geben, nicht zu dicht ran, weil dann könnt ihr nicht ausholen und auch nicht zu weit weg. Dann wird das halt alles so ein bisschen zu wabbelig. Also vielleicht sind das so 20, 25 Zentimeter. Die sollten halt ausreichend sein. Wenn das mit der Handhaltung nicht so ganz klappt, hilft es ein bisschen vielleicht auch einfach mal die Faust auf den Tisch zu legen und den Daumen einfach nach oben ran und da das Kühl rauf. Das ist schon im ersten Moment sieht das vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, aber es ist leicht umzusetzen und es ist schon riesig hilfreich. Wenn die Kugel etwas stärker an der Bande liegen bleibt, gar nicht versuchen groß mit der Hand da irgendwie oben drauf und rüber, sondern das Kühl einfach auf den Tisch legen, die Hände drüber irgendwie so positionieren, dass es das Kühl ermöglicht, durch die Finger zu gleiten. Zielt wirklich mit den Augen, also sorgt dafür, dass euer Kopf über dem Kö ist. Ihr könnt euch das vorstellen wie beim Schießen, wenn Kimme und Korn auf einer Linie ist, aber das Auge nicht. Wie soll das Auge das sehen, dass exakt dort Kimme und Korn übereinander liegen? Ja. Und ich mach das einfach mal. Zack. Und dann ist jetzt nicht das Loch gesichert, aber es klappt öfter. Alex, du hattest uns vorher zwei Methoden gezeigt, wie man jetzt den Punkt findet, wo man die Kugel anspielen muss, damit es in die richtige Richtung geht. Ja, exakt. Und zwar die eine Methode ist, dass man sich im Grunde genommen das Kö hier exakt vorstellt und demzufolge auch den Punkt sich anschaut auf der zu spielenden Kugel, damit sie in dieses Loch geht. Und diesen Punkt muss ich ja treffen, nur den muss ich ja treffen, indem die weiße die Kugel anschneidet. Und hier kann man sich eine Kugel davor legen, die exakt in der Flucht zur Tasche liegt. Und wenn ich die einfach mal so da liegen lasse und ich kriege es jetzt hin, die drei, die ich mir imaginär vorstelle, durch meine weiße auszutauschen, Zack. Dann kann im Grunde genommen der Ball nur fallen. Fers versucht jetzt, dadurch, dass er jetzt tiefer spielt, die weiße in Rückwärtsrotation zu bringen, wenn möglich, sie genau hier stehen zu bleiben. Jetzt setze ich ihn ein bisschen unter Druck, weil das gar nicht so leicht ist exakt, um vielleicht danach die Zehen exakt in die Tasche zu spüren. Ah ja. Ah ja. Genau. Jetzt wird Fers versuchen, die Rotation, die er gerade eben rückwärts erzeugt hat, vorwärts zu erzeugen. Er wird jetzt versuchen, den Ball sehr weit oben anzuspielen, vielleicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit generieren, dass im Grunde genommen dann nach dem Kontakt die weiße eine Vorwärtsrotation hat und dann wirklich noch gut gegen die Bande läuft. Und ich glaube, er möchte jetzt ungefähr hier hin, um danach die sieben in die Mitteltasche zu spüren. Zack. Und jetzt würde man fast sagen, so unglaublich. Fünf, sechs Zentimeter zu kurz, aber das war natürlich klasse. Wahnsinn. Ihr kennt vielleicht dieses Kugelspiel auf irgendeinem Arzttisch. Fünf Kugeln, eine Kugel weg. Zack. Und auf der anderen Seite geht eine Kugel wieder raus. Man kann das mit zwei Kugeln machen und zwei Kugeln gehen raus. Hier haben wir natürlich eine Kugel und eine Kugel. Und Fers würde uns jetzt einmal demonstrieren, wie er es schafft, dass die weiße jetzt exakt hier stehen bleibt. Nennt man es Stoppball. Genau. Nennt man es Stoppball. Man kann die jetzt nicht so ganz langsam einfach nur rollen lassen, weil dann würde die weiße hinterher rutschen. Man muss schon dafür sorgen, dass dieser Kugel auch stattfindet. Da muss man so wissen, wie schwer die Zecken sind. Genau. Was der Fers gerade gemacht hat, er hat nämlich einmal den Ball unterhalb gespielt, ungefähr da getroffen. Und dadurch würde ich Rückwärtsrotation erzeugen. Er hat einmal den Ball oberhalb gespielt, dadurch würde er Vorwärtsrotation erzeugen. Und einmal hat er den Ball relativ mittig gespielt, beziehungsweise minimal unterhalb. Und dadurch hat er den Stoppball generiert. Die Schwierigkeit ist, dass das auf eine Art absolut richtig ist, was ich gesagt habe, trotzdem überhaupt nicht zu jedem Ball passt. Denn die Situation ist immer unterschiedlich. Das bedeutet, mal sind die Bälle weiter weg, mal sind sie dichter dran, mal spiele ich schneller, mal spiele ich langsamer. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Rotation, die ich erzeuge. Ich spiele jetzt eigentlich eine Rückwärtsrotation, aber auf dem Weg dorthin wird sie in einen Rutschfaktor kommen und sie wird irgendwann vorwärts rollen. Wow. Hier würde man jetzt genau gesehen haben, dass ich in dem vorderen Bereich eigentlich eine Rückwärtsrotation gespielt habe. Hätte da ein Ball gelegen, wäre meine weiße zurückgekommen. Dann gab es einen kleinen Bereich, wo die Kugel so ein bisschen ins Rutschen gekommen ist, wo dann sozusagen der Wechsel stattgefunden hat zwischen Rückwärts und Vorwärts. Der Stoppballbereich. Wenn der Kugel liegt zum Beispiel, dann gibt es ja theoretisch keinen Stoppball. Aber natürlich spielen wir diesen Stoppball und dieser Ball würde entsprechend abprallen. Der prallt immer 90 Grad weg. Wenn die Kugel wirklich im Rutschfaktor ist, und das nutzen wir natürlich sehr häufig, dann fährst du jetzt einfach mal die 5 in die Ecke in die Mitteltasche spielen. Dann würde man sehen, kannst du ruhig mit der R6 machen. Dann wird die weiße explizit genau da lang rollen. Hier. Ja. Darf ich sie gleich haben? Genau. Und da läuft sie gleich. Zack. Dann leg ich den gleichen Ball aber nochmal hin und spiele ich anders. Mit weniger Tempo zum Beispiel. Probier. Dann prallt sie nicht mehr ab, dann kriege ich sie sogar noch vor deiner Hand an die Bande, obwohl ich sie rein mache. Ja, tatsächlich. Da ist sie. Genau. Hier wird einem definitiv niemals langweilig. Man kann, glaube ich, lebenslang lernen. Wirklich Respekt. Hut ab. Vielen Dank, dass ihr uns all diese schönen Sachen zeigen konntet. Gerne. Gerne. So, wir werden uns jetzt nochmal ein paar Trickschlüsse zeigen lassen, wenn wir schon Profis hier haben. Dann wollen wir mal sehen, was alles möglich ist.